Was kann man in 66 Jahren Unternehmensgeschichte erreichen? Von 1945 bis heute hat sich die Kandi-Gruppe vom kleinen Handwerksbetrieb, der Italiens erste Waschmaschine hergestellt hat, zum fünf wichtigsten Waschmaschinenhersteller in Europa und Deutschland entwickelt, wo wir einen Marktanteil von 7% haben. Praktisch handelt es sich also bei jeder zehnten in Europa hergestellten Waschmaschine um ein Produkt der Kandi-Gruppe. Lassen wir am besten die imposanten Zahlen sprechen, um die Entwicklung der Kandi-Gruppe zu beschreiben, die 5.800 Mitarbeiter beschäftigt. Seit 1945 haben wir mehr als 64 Millionen Waschmaschinen hergestellt und mehr als 300 Patente angemeldet. Wir verkaufen jährlich 6,5 Millionen Haushaltsgeräte und bringen mehr als 200 neue Modelle pro Jahr auf den Markt, womit wir europaweit das größte Sortiment an Waschmaschinen anbieten. Wir können stolz sagen, dass alle 15 Sekunden ein Haushalt irgendwo auf der Welt eine neue Kandi-Waschmaschine bekommt. Sie haben richtig verstanden, weltweit. Wir sind international mit insgesamt 41 Vertriebsgesellschaften aufgestellt und betreiben neun Produktionswerke in Italien, der Türkei, Frankreich, Spanien, Russland, China und der Tschechischen Republik. Mit 6.000 Kundendiensttechnikern garantieren wir jederzeit technischen Service auf höchstem Niveau. Auch wenn wir schon viel erreicht haben, sind wir noch lange nicht am Ziel. Auf uns warten viele weitere Herausforderungen. Deshalb tätigen wir jedes Jahr beachtliche Investitionen in Forschung und Entwicklung. 40 Millionen Euro allein im Jahre 2010. Das ermöglicht uns die stetige Markteinführung besonders innovativer Produkte, wie die ersten vollwertigen Raumsparwaschmaschinen mit nur 33 Zentimetern Tiefe und Waschmaschinen mit niedrigsten Energieverbrauchswerten. Im Jahre 2011 passieren wir einen weiteren wichtigen Meilenstein. Die Markteinführung der ersten Waschmaschine, die bereits bei 20 Grad das Waschergebnis eines herkömmlichen 40-Grad-Programms erreicht. Kandi Grando Evo Der Kandi-Konzern hat noch viel vor.